Ja, genau so muss ein Video losgehen. Ein gutes Video beginnt man mit einem erstklassigen Fail und das ist ein ganz exzellent. Es kommen jetzt gleich ein paar Clips, wo ich mit meinem Kumpel Video, auch Video Wings, in Ingolstadt, ein paar so Spots, wo wir öfters sind. Yes! Okay, läuft! Das schneidest raus. Action! Willst du da noch einen Frontflip machen? Tail Whipped to Frontflip! Und bitte! Ah, jetzt hast du... Action! Let's get it done! Let's get it done! Geil! Aber geil, jetzt hast du ihn gehabt! Ja, cool! Okay! Yo! Let's go! Hello! Geil, Mann! Yes! Out of the woods! Into your might! ... No, I was sick of this shit, baby! Let's get it on. Kachin. He's the man. I am the man. I am the man. Und dann habe ich noch ein paar Clips aus München Passing mit einem neuen Hecksbike. Das kommt jetzt. Und das war's dann auch schon wieder. Jo. Ciao. Ciao. Ciao.